Moinsen, Maggers und Margerin. Heute kommen wir mal zu einem etwas spezielleren Thema, was eigentlich fürs reale Leben wäre, aber im Simracing auch eine Rolle spielt. Und zwar, wie stelle ich meinen Sitz ein und mein Lenkrad und meine Pedalen? Mich haben jetzt ein, zwei Zuschauer das schon über die Jahre mal gefragt und ich denke, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt ein Video dazu zu machen, um euch das mal ein bisschen zu erklären. Ich möchte der Fairness halber gleich dazu sagen, ich habe mir ein, zwei Sachen im Internet dazu durchgelesen. Also ich habe sehr viel gegoogelt. Man findet leider nicht wirklich sehr viel. Ich habe versucht, so gut wie es geht, mir bei realen Rennfahrern was abzuschauen und die eine oder andere Lektüre dazu zu lesen. Also wenn das nicht zu 100 Prozent zutreffend ist und wir Menschen haben, die eventuell wirklich in einem Auto sitzen, als auch vielleicht Mechaniker sind oder damit was zu tun haben, schreibt das doch bitte in die Kommentare für die Menschen, dass sie das dann dementsprechend kopieren können oder das zumindest anwenden können. Bei mir ist es jetzt so, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich habe sehr viel umgestellt. Ich habe am Anfang wirklich Schmerzen gehabt und jetzt kann ich sehr, sehr lange fahren und es ist für mich sehr angenehm geworden, so zu fahren und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich fahre Vollschale-Sitz und der ist an einer Sitzschiene hier unten angebracht. Die ist von Sparco. Die kriegt man fast überall zu kaufen, wo es, sage ich mal, Rennassesspaß gibt und da drauf sind die Sitzschienen. Also ich nenne sie jetzt mal Sitzschienen, wo der Sitz angebracht ist. Bei mir sieht man, hier hinten ist das im vorletzten Loch von unten und vorne ganz oben. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich den Sitz nach hinten klappen möchte. Ich möchte den Sitz nach hinten klappen, damit meine Beine nach oben gehen. Hier kann ich persönlich sehr bequem drinnen sitzen. Also ich sitze komplett drin in der Schale, bin hinten mit dem Rücken dran. Das heißt, wenn ich bremse, merke ich, wie mein ganzer Rücken sozusagen die Last in den Sitz presst. Manchmal seht ihr das auch bei Simracern, dass wenn sie bremsen, sich hochschieben und das hat den ganz einfachen Grund, dass die Bremsen wirklich relativ hart eingestellt sind und da sehr viel Druck drauf ist und man sich manchmal aus dem Sitz schiebt. Was können wir jetzt mit dieser Sitzposition anfangen? Für mich persönlich, wenn ich jetzt reinrücke, also ich habe meinen Sitz so eingestellt, dass wenn ich ganz vorne sitze, meine Sitzposition habe. Das hat den folgenden Grund, ich habe jedes Mal dieselbe Sitzposition. Ich treffe sie wirklich jedes Mal. Also ich kann nicht irgendwie eine falsche Schiene treffen oder in eine falsche Nut reingehen und einrassen, sondern ich sitze jedes Mal genau so. Und du merkst wirklich, nach vielen, vielen Stunden, wenn sich beispielsweise eine Schraube löst und du nur einen Millimeter bis Zentimeter verschoben bist, also gibt es auch, bei mir war das mal eine Weile, dass der Sitz leicht verschoben war und ich habe mich immer gewundert, was das Problem ist, weil der Abstand und das Sitzverhalten anders waren. Jetzt habe ich also meinen Sitz eingestellt, dass er zurückklappt. Das ist für euch übrigens, da müsst ihr gucken, je nachdem, wie groß ihr seid. Ihr könnt das auch natürlich ein bisschen nach vorne klappen. Das hängt natürlich damit zusammen, wie ihr an die Pedale kommt. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir gehen mal ganz kurz auf die Handposition ein. Und zwar, wenn ich meine Hand hier drauf lege, habe ich hier drin eine ganz entspannte Beugung. Und mit entspannte Beugung meine ich so ein bisschen was mehr als 90 Grad. Normalerweise, sagt man sich, sollte man so sitzen, dass wenn man den Arm rauslegt, dass das hier vorne drin ist. Das finde ich persönlich aber sehr, sehr unangenehm, weswegen ich mir eine andere Sitzposition von einem anderen Fahrer abgesehen habe, der das hier etwas weiter offen hat. Das hat den folgenden Grund, wenn ich jetzt beispielsweise so sitze, könnt ihr sehen, habe ich hier in meinem Arm eine 90 Grad Beuge drin. Und diese 90 Grad Beuge ist sehr, sehr wichtig, denn ihr schiebt, wenn ihr eine 90 Grad Beuge habt, mehr aus dem Unterarm als aus den Schultern. Und ihr möchtet wirklich nicht aus den Schultern fahren, weil ihr dadurch extrem viel Schmerzen haben werdet. Also, was heißt ihr? Ich hatte sehr viele Schmerzen dadurch und habe dann mich für diese Variante entschieden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier ganz entspannt drinne sitze, habe ich hier im Arm eine 90 Grad Beuge. Und das heißt, wenn ich lenke, kommt das alles aus dem Unterarm und ein bisschen aus dem Oberarm raus und nicht aus der Schulter. So. Wenn ihr das eingestellt habt, müsst ihr eventuell auch nochmal die Wheelbase ein bisschen anpassen, denn die kann man ja auch in den meisten Fällen hoch und runter klappen. Und das hat den folgenden Grund, dass wenn ihr am Lenkrad beispielsweise dran seid, dass ihr nicht eine Überbeuge in eurem Gelenk habt. Es gibt Menschen, die fahren so, weiß ich persönlich, also für mich hat das überhaupt nicht funktioniert, weil das hier drinne extrem weh getan hat und das bis runter in die Sehnscheide ging. Ich habe mich jetzt also dazu entschieden, wenn ich in das Lenkrad greife, dass mein Arm und mein Handgelenk einfach gerade hochgehen. Also hier ist kein Knick nach so drinne, hier ist kein Knick nach so drinne, sondern der liegt einfach, wenn ich das ranlege, ganz entspannen, geradeaus hoch. Und das hat für mich am besten funktioniert. Ich habe am Anfang, bin ich auch so gefahren, ich habe es so ausprobiert, ich habe es noch weiter angeklappt, aber das hat dazu geführt, dass nach vielen, vielen Fahren wirklich ganz extremen Schmerzen in den Händen waren und auch in den Handgelenken. Und so müsst ihr für euch ein bisschen ausprobieren. Also das Einstellen von einem Sitz und auch einem Lenkrad dauert wirklich lange. Also das kann ein halbes Jahr dauern, da wird viel rumgespielt, bis du für dich selber eine Position gefunden hast, die du bequem findest. Jetzt haben wir das Lenkrad eingestellt, wir haben den Sitz eingestellt. Jetzt kommen wir zu den Pedalen. Pedale ist, würde ich mal sagen, mit eins der meisten Themen, wo ich sehr auf deine Präferenz ankomme. Bei mir ist es so, ich habe meine Pedalen nach hinten weggeklappt. Ich denke, das kann man ganz gut sehen in der Kamera, meine Pedalen klappen nach hinten weg, weil ich so, normalerweise würde das so stehen, würde das für mich nicht funktionieren. Weil ich habe dann in meinem, in meinem Bein, also in meinem unteren, am Schienbein, ist der Muskel wirklich sehr, sehr steif gewesen. Also habe ich meine Pedale leicht nach hinten geklappt. Das liegt aber auch daran, dass bei den Asetec Invicta, also das sind die Pedale, die ich habe, kann man den, kann man die Pedalen nicht klappen. Das heißt, ich musste die physisch mit der Auflage nach hinten klappen. Wenn das deine persönliche Präferenz ist, musst du mal gucken, ob das mit deinen Pedalen funktioniert. Ansonsten musst du es im Rig gucken, dass du es irgendwie rumklappen kannst. Mit den Housing-Welt beispielsweise, die ich davor hatte, die Sprint, damit konnte man das wunderbar umsetzen, dass man die zurückklappt. Aber zurück zum Thema Füße. Bei mir ist es so, ich habe meine Pedale, weil die sind physisch fest, also die kann man jetzt nicht weiter auseinander schieben. Also man sieht das ja, die sind fest, hier sind nirgendwo Schrauben. Oh, mit den Füßen zeigen ist aber auch sehr interessant. Bei mir ist es jetzt an der Stelle so, dass ich meine Bremse ein bisschen weiter weg gemacht habe von der Pedale, weil ich bremse mit links und fahre mit rechts. Und ich würde euch allen, die anfangen mit Simracing, empfehlen, von Anfang an mit links zu bremsen. Das fühlt sich super komisch an, weil wir alle aus dem Auto fahren, das rechte Bein gewöhnt sind und man denkt, man hat kein Gefühl. Aber das kommt mit ein, zwei Übungen, kommt das super, super schnell durch. Wenn ihr jetzt also anfangt mit rechts zu bremsen und das später umleeren wollt, wird das ganz, ganz schwer. Ich erkläre euch kurz mal eine Situation. Ihr fahrt auf eine sehr, sehr schnelle Kurve zu, kommt im sechsten Gang an und ihr müsst runter. Das heißt, ihr bremst, also ihr würdet ja auf dem Bremspunkt, sagen wir mal, es wären 100 Meter Schillen, würdet ihr von der Bremse runtergehen und dann hier rüber gehen. Das ist eine Sekunde Zeit, die hier zwischen vergeht, also nicht ganz eine Sekunde, aber es ist Zeit, die vergeht zwischen den Pedalen, weil du musst von hier nach da rutschen. Weil du musst ja auch richtig drauf sein, damit du ordentlich reintreten kannst. Also verlierst du von hier nach da sehr viel Zeit. Und beim Rennfahren ist Bremsen das A und O, weil du gewinnst auf der Bremse sehr viel Zeit. Das heißt, gewöhnt euch gleich an, so zu bremsen. Und ihr kriegt das auch hin. Also euer linkes Bein kriegt das easy peasy hin. Also kommen wir zurück zum Einstellen der Bremse und der Pedale. Also bei mir ist es jetzt etwas nach hinten geklappt, ein bisschen weiter auseinander und mein Sitz, wie ich vorher erklärt hatte, ist ja leicht zurückgeklappt. Das bedeutet also, wenn man jetzt von hier außen mal reinguckt, meine Beine sind leicht hochgeklappt. Das kann man hier auch nochmal sehen. Meine Beine stehen nach oben. Also ich habe so ein, ich sage mal, ja hier ist schon so gut wie 90 Grad Winkel drin und meine Beine liegen hier unten auf dem Sitz so gut wie nicht auf. Also mein Arsch sitzt in der Schale drin und meine Beine liegen ganz leicht auf dem Sitz oben. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ich jetzt die Bremse drücke, dann kommt bei mir alles aus dem Oberschenkel. Also ich bremse nicht aus dem Unterschenkel oder aus den Knie, sondern ich bremse einfach oben aus dem Oberschenkel. Und das entsteht dadurch, dass wir diesen Knick haben und dadurch auf die Pedale mit dem Oberschenkel draufdrücken. Und deswegen habe ich meinen Sitz nach hinten geklappt, dass ich möglichst diese Position erreiche mit meinem Bein, dass ich aus dem Oberschenkel drücke. Ich habe das vorher ganz, ganz lange habe ich aus dem Waden gebremst und ich habe ganz, ganz lange auch aus dem Knie gebremst. Und das hat wirklich nach einer Weile sehr, sehr wehgetan. Bis ich mir das mal angesehen habe bei einem Fahrer, der halt die Beine so hatte und man konnte richtig sehen, wie er aus dem Oberschenkel gebremst hat. Das heißt also, wenn ihr euren Sitz anbaut, achtet da drauf, probiert rum, experimentiert. Das ist nicht für alle gleich. Also mein Kumpel zum Beispiel hat seinen Sitz leicht nach vorne geklappt. Der ist ein bisschen kleiner als ich und nicht so weit nach hinten, weil er dann Schwierigkeiten hatte und dann aus einer ganz anderen Position gebremst hat. Also Eckdaten, die für euch wichtig sind, Handgelenke möglichst gerade. So gerade wie es geht. Den Sitz so anklappen, dass ihr merkt, wenn ihr wirklich bremst, aus dem Oberschenkel bremsen. Nicht aus den Knie, nicht aus den Waden. Das ist nicht gut. Damit spät ihr euch wirklich einiges. Bremsen links, Gas geben rechts und von der Höhe des Lenkrads. Und das ist auch persönliche Präferenz für GT3-Style. Also jetzt, was wir hier fahren, GT3 mit den, ich nenne das jetzt mal offenen Lenkrädern, ist mein Lenkrad ungefähr auf Schulterhöhe. Also wenn ihr jetzt beispielsweise hier eine Wasserwaage auflegen würdet, wäre das hier eine Linie. Ganz leicht verschoben. Und dann habt ihr euren Sitz so eingestellt, dass ihr damit einigermaßen vernünftig fahren könnt. Also einigermaßen vernünftig bedeutet, ihr werdet jetzt nicht die schnellsten Rundenzeiten fahren, logischerweise. Nur weil der Sitz eingestellt ist, halt nicht gleich super schnell. Aber eventuell hilft euch das, dass euer Körper ein bisschen komfortabler ist. Diese Sachen könnt ihr auch am Sitz anwenden. Nur das Problem bei einem Sitz wird sein, also Sitz im Sinne von jetzt am Schreibtisch. Ich zeige jetzt auf meinem Schreibtisch aus Affekt. Wenn ihr an einem Schreibtisch sitzt, könnt ihr auch darauf achten, dass eure Arme vernünftig ausgerichtet sind. Und ihr könnt auch einigermaßen darauf achten, dass ihr vernünftig sitzt. Wichtig, also was wirklich das A und O beim Rennfahren ist, ihr solltet jedes Mal die gleiche Sitzposition haben. Jedes Mal solltet ihr immer und immer und immer wieder dieselbe Position haben, weil dein Körper speichert sich die Bewegung ein. Das heißt, wenn du auch nur, also ich merke das zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Schiene zurückgehe und ich gehe an die Bremse ran, merke ich das. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt manchmal quatsche ich am Stream und dann schiebe ich den Sitz zurück und ich sitze drin, dann merke ich sofort, dass das nicht richtig ist. Also mein Körper sagt mir schon, Moment, da haut irgendwas nicht hin. Das heißt, wenn ihr in eurem Sitz sitzt, habt möglichst immer dieselbe Position. Wenn ihr das so einstellt, werdet ihr feststellen, dass wenn ihr runde Lenkräder fahrt, dass das ein bisschen unangenehm ist, weil die müssten theoretisch ein bisschen runter. Ich habe persönlich noch keine Lösung gefunden, dass ich sowohl runde als auch gerade Lenkräder in eine Einstellung gebracht habe, wo beides funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt ETS fahre beispielsweise, ist das Lenkrad hier sehr, sehr hoch. Also das wäre beispielsweise hier an der Stelle. Dadurch, dass das hier aber GT-Wheel ist, also ich nenne das jetzt mal GT-Wheel, dadurch, dass es GT ist, fehlt ja hier oben der Bogen. Und das macht nachher viel aus. Also am Ende müsst ihr ein bisschen rum experimentieren, was für dich, deine Größe, deine, also ich sage mal Körperfülle, kommt ja auch mit dazu, und für deine Beinlänge etc. pp., was da für dich passt. Grundlegend, aber immer gucken, wie gesagt, den Sitz anklappen, dass ihr aus dem Oberschenkelbremst eure Handgelenke nicht zu weit anknicken, damit ihr hier keine Schmerzen drin kriegt, schon ordentlich im Unterarm. Und achtet auf eure Schultern. Also ich kann euch mit, ich kann euch wirklich sagen, das ist sehr unangenehm, wenn ihr euch die Schulter kaputt macht, weil ich bin, habe das schon hinter mir und ich muss darauf aufpassen, damit ich die nicht kaputt mache. Und dann läuft der Lachs eigentlich. Ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Schreibt mir noch ein bisschen Feedback in die Kommentare, wie ihr eure Sitze eingestellt habt. Vielleicht habt ihr noch Ansätze, die helfen können. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst bitte nicht zu abonnieren. Drückt die Glocke, schmeißt einen Kommentar rein und penetriert die Däumchen hoch, runter. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.